Hallo, mein Lieben, willkommen zu neuen Kauf- und Fotol. Heute habe ich 63 Euro ausgegeben. Und zwar habe ich dreimal Whiskas so gekauft. Dann einmal Hähnchen- und Kartoffelsalat, wie immer. Und die Kinder haben zweimal Hochschule bekommen. Einmal Lea, einmal Emilia. Für den Kindergarten von der Schule, die brauchten dringend neue. Und die haben, ich glaube, 8 Euro gekostet. Müller mit der Ecke gab es ein Angebot für die Kids. Äh, Emilia wollte einmal Knusper-Schokoballs und Lea wollte Schokoflex mit Bananen mitnehmen. Dann habe ich ein Pack Bananen mitgenommen. Zwei Pack Wasser, einmal Vollkorn-Toast, zweimal Pack Tomaten. Dann gab es wieder das da für 2,20 Whiskas. Ähm, das ist halt kaputt gegangen und das macht gar nichts. Dreimal Salamistange, dreimal Du darfst Leberwurst. Dann gab es im Angebot Minis, Paulas, und die finde ich ganz praktisch. Weil, äh, die Kinder haben vielleicht nicht so Lust immer auf einen großen Pauler. Und das ist ganz praktisch. Habe ich zweimal mitgenommen. Dann für 30% günstiger, also 1,04 Euro statt 1,49 Euro. Mickey Mouse, Joghurt, Himbeere und Erdbeere. Dann gibt es, äh, günstiger Dill-Sahne-Soße. Die sind von den Punkten her super. Und die haben nur noch 64 Cent gekostet. Statt 1,29 Euro. Zweimal. Wieder mein Quarkgenuss Vanillegipfer, der schmeckt so Bombe. Der ist zwar nicht so punktearm, aber es geht gerade noch. Und einer ist, macht wirklich satt. Dann habe ich viermal Pfirsich Erdbeere mitgenommen. Mein Kuhquark. Gab es nur Erdbeere, deswegen viermal Erdbeere. Dann gab es Weinstefanen-Angebot. Das habe ich dann zweimal mitgenommen. Signal zweimal. Zahnpasta, also. Äh, ein Packpapier. Dann gab es günstiger Optiwell 45 Cent statt 65. Und der ist auch von den Punkten her ganz gut. Deswegen zweimal. Zweimal mein Quark. Dann habe ich Power Riegel im Kaufmann mitgenommen. Da habe ich mal Cookie. Ne, das ist ja Schokolade. Und Cookie & Cream, weil die haben noch weniger Punkte. Oder wenn man mal Lust auf Schokolade hat. Und ich finde einfach die Sorte oder Marke schmeckt am besten. Morgen kommt eine Freundin. Deswegen gibt es zweimal Hucco. Äh, zweimal Fruchtige oder andere ist. Keine Ahnung. Einmal Landliebe, Grießpudding, Tratitonel. Ähm, die gab es auch im Angebot. Und einmal Aktibel Kitz, Erdbeer, Banane. Gab es auch im Angebot. Ja, das war schon die Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.